Der Ball ist rund und die Erde ist ein Dorf, die Welt passt in Stadion und wer ist der Chef vom Stadion? Ich. Was du aus dem Sport in das restliche Leben mitnehmen kannst, ist unter anderem auch das Motto Ruhe bewahren. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Kommst du heute nicht, kommst du morgen, ist auch noch ein Tag. Ach, mal eben nachrechnen. Gut, das war jetzt schon mehr als ein Motto, aber unterm Strich heißt das ja nichts anderes wie, Sportsfreunde, nichts überstürzen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und genau das hat sich auch der Sportsfreund Röttgen vom Bundesumweltministerium gedacht, nachdem er jetzt den Spielbericht von dieser Reaktorkommission gelesen hat. Da muss man mal sagen, Respekt. Nerven hat er ja, der Röttgen. Und die brauchst du auch in dem Geschäft. Man hat ja in dem Job auch eine Verantwortung den Menschen gegenüber. Und zwar allen Menschen. Und die Menschen, die jetzt zum Beispiel Atomkraftwerke betreiben, das sind ja auch Menschen. Und überhaupt hat doch keiner was davon, wenn jetzt Panik aufkommt. Die Öffentlichkeit will ja auch das Gefühl haben, dass da noch Hoffnung ist. Das kenne ich doch aus meinem Geschäft. Im Abstiegskampf musst du auch immer so Sachen sagen. Solange rechnerisch noch was möglich ist, glauben wir an die Rettung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und da muss man auch mal den Mut haben, von diesen Glaubenssätzen das bittere Ende wegzulassen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Das will doch keiner hören. Genauso wenig wie, es sind zwar schon Flugzeuge vom Himmel gefallen, aber noch nicht ein einziges auf ein Atomkraftwerk. So, und da kannst du jetzt in der nächsten Halbzeitpause mal eine Viertelstunde drüber nachdenken. Viertelstunde? Schaffst du schon. Glück auf! Viertelstunde?